Ah, ich töte dich nicht. Aber den Zombie... Ach, da ist der Dungeon! Hätte ich natürlich auch gleich in der ersten Folge finden können. So, dann gehen wir hier mal rigoros mit der Axt vor. Vielleicht droppt einer von euch mir wieder ein nettes... Äh, Dings da. Wort entfallen. Ja! Bogen. Ach ja, und da kommen auch immer diese dauerhaften Zombie-Geräusche. Ist wohl ein Zombie-Spawner. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Jetzt brauche ich nur noch Fackeln. Äh! Toll, hier kann ich mir dann XP-Farmen oder eine... Dings bauen. Eine Monster-Falle. Der war gerade irgendwie dumm. Hat er mich nicht gesehen oder was? Ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Ich komme gleich wieder mit Fackeln und leuchte das Ganze da aus. Wow, ich habe meinen ersten Dungeon. Das ist ja richtig toll. Und ohne Ironie ist das gemeint. Jetzt weiß ich nämlich wenigstens, wo es hingeht. Ach, ich habe ja Hunger. Lecker verrottetes Fleisch. Naja, solange es hilft. Und ich jetzt rennen kann. Ach, da sind noch Überreste eines... Oh, und da auch von den von mir gefällten Bäumen. Wie schön. Ach, und ein Apfel. Nom, nom, nom. Ne, den mache ich mir aber zu einem goldenen. Danke, dass du mir gerade noch ein Ei gelegt hast. Ich glaube, so war es auch schon bei Max und Moritz. Jedes legt noch schnell ein Ei und dann war es schon vorbei oder so. Dann waren sie nämlich tot. Diese Hühner. Beim ersten Streich oder so. Und danach haben Max und Moritz sie aufgefressen. Ja, auf jeden Fall kann ich nur nachts schlafen. Und ich werde mir hier gleich mal... Gold... Hier habe ich Eisen. Und wo habe ich Gold? Habe ich das schon da rein? Oder... Hier habe ich Gold. Gold Erz genau genommen. So. Also morgen mache ich das dann mit den Dungeons, weil hier wird es gerade schon Nacht. So, habe ich jetzt mal wieder Eisen. Und hier Gold. Dann mache ich mir doch mal eben... Kurz das. Äh, dann mache ich mir doch mal eben... Neun Gold Nuggets. Und aus diesen... Plus einen Apfel... Mache ich mir dann... Lol. Einen goldenen Apfel. Sehr schönes Teil. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen, habe ich gesagt. Liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle wach? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja... Ja. Ähm... Ja, der Olle. Da kann ich glatt mein Headset neu aufsetzen. So, ich habe jetzt noch immer keine Dschungelkatze gefunden. Und jetzt nehme ich hier mal die Fackeln mit. Boah, da habe ich auch einen Haufen verbraten. Nom. Herzensboost. Und der heilt gar nicht so viel Hunger. Der Apfel. Naja, solange ich da noch rennen kann. Und es heilt mich. Also von dem her... Eigentlich hätte ich mir den ja auch aufheben können für spätere Zeiten. Habe ich dann aber nicht. Habe ich jetzt alles dabei? Jawohl. Nein, ich habe noch kein Schwert. Aber da tut es ja eigentlich auch die Axt. Wobei, ich mache mir jetzt ein Schwert... Wo ich es doch kann. Wenn irgendjemand hier den Ozelot sieht, dann soll es in die Kommentare schreiben. Ey, du hast da Ozelot übersehen. Ey, du hast da den Ozelot übersehen. Weil gerade hast du gesagt, du hast Ozelot übersehen. Ja, ich habe es verstanden. Ich habe nur keinen Kommentar dazu abgegeben. Eisen, Gold. Gold rein und... Ach ja, ich wollte mir ein Schwert machen. Da habe ich ja noch einen Stock. Stock und Eisen, Eisen. Eisen, Eisen. So, zwei Schwerter gemacht. Boah, das sieht aber auch sehr nett aus eigentlich. Warte mal. Ist da gerade irgendwas gelaufen? Oder war das nur irgendein Partikelchen? Wahrscheinlich eher ein Partikelchen. Ich habe hier jetzt ja... Die Aufnahme geht auch schon jetzt sehr lang. Und da kriege ich Halluzinationen. Ich nehme hier gerade auch schon wieder für 100.000 Jahre im Voraus auf. Aber... Eins mache ich noch hier mit dem Dungeon. Welcher wohl da unten wäre? Jo, und ich habe es fast geschafft, ohne dass mir dabei Schaden zugefügt wird. Licht. Licht. Ach, sogar mit Kiste. Ne, mit zwei Kisten. Ach, dammit. Ich muss da erst das Licht... Äh, die... Die Wasserquelle wegkriegen. Am besten mit Sandstein. War da oben was? Ah, du hast eh keine Ahnung. Schnell. Lichti. Leuchte, leuchte. Da kann ich mir auch nochmal eine... Dings da machen. Wie heißt es? Eine Falle... Kakaobohnen. Passen natürlich nicht mehr rein. Scheiß auf das Goldnugget. Scheiß auf das Laub. Scheiß auf das Goldnugget. So. Ach, und dann... Wie immer... Oh, ich will jetzt eigentlich... Wobei, ich kann ja eigentlich... Kann ich ganz viele Sachen hier reintun. Kann hier später mal wiederkommen. Den Dungeon, den findet man ja leicht. So. Ja, auch noch Sachen rein, dann nehme ich jetzt gleich wieder alles raus, was ich benötige. Nämlich das hier. Brauche ich eigentlich gerade nur. Ich nehme hier wie immer... Mindestens den ganzen... Ähm... Bemosten Stein mit. Ich wusste nicht die korrekte Übersetzung. Wir wollen hier ja ganz korrekt sein. So, das wird auch wieder einiges. Ja, ich würde sagen, das Ganze hier ist gerade mit der Zeit schon sehr ertragreich geworden. Hey, mit dem Bemosten Stein kann ich mir doch... Meine Hütte verschönern. Meine... Nee, aber nicht mein Baumhaus. Weil das passt irgendwie nicht so zum Baumhaus. Wobei, das Moos ist ja auch an diesem... An dem... Im Dschungelbiom zu finden. Zombie? Ich glaube, ich habe den Spawner doch deaktiviert. Ja, aber es gibt natürlich sicherlich auch noch ein Höhlensystem irgendwo hier. Weil, wie man weiß, sind Dungeons immer ein Höhlensystem angebunden. Die Frage ist nur, wo? Wahrscheinlich da oben. Ne? An Wasser. Ach nee, Quatsch. Das ist natürlich das Höhlensystem. Ja, lach halt. Ist mir scheißegal. Ich weiß, dass ich schlecht bin. I'm failing and I know it. Ach, da habe ich... Ein Bemosten Stein übersehen. Jawohl. Das habe ich. Und sogar zwei. Wie viel habe ich davon jetzt? Oh, 47. Das ist doch eine gute Ausbeute. Okay. Dann gehe ich jetzt mal wieder hoch. Warte mal. Ach, scheiße. Da drin ist ja noch mein Schwert. Ich packe gleich wieder ganz viele Sachen ein. Keine Sorge. Ich möchte nur hier mal den... Kann sein, dass der Zombie da gerade eine Rüstung hatte? Das sah mir ganz so aus. Toll. Na, wenigstens hast du mir Kohle freigelegt. Da war der Zombie nicht. Da war nur ein Creeper. Und da war auch der Zombie. So, jetzt habe ich es leichter, dich umzulegen. Du hast mir natürlich keine Rüstung gegeben oder so. Und mit Creepern habe ich ja allgemein nur sehr wenig Glück. Ja, ich gehe jetzt nochmal in den Dungeon und hole mir, was da alles geht. Ähm, ach, Weizen. Damit könnte ich doch eine Farm starten. Ähm. Das Ganze eigentlich brauche ich hier den... Man baut aber die Seeds an, nicht das Weizen. Ja doch, ich kann das Weizen da hinsetzen. Und dann das abbauen. Dann kriege ich Weizen und Seeds. Ausgekocht, nicht wahr? Man kann es auch intelligent nennen. Ähm. Bretter, Brot. Ach, Brot. Lecker. Ähm. Eimer. Ja, okay. Fast alles mitgenommen. Kann ich ja irgendwann mal noch vorbeigucken. Das Gold kann man ja liegen lassen. Ja, das... Für das Erste. Ja, für später. Für gute, schlechte Zeiten. Man muss halt sich schon einteilen, was man benötigen, was nicht. Hier bin ich auch schon mal hoch. Und hier stand meine erste... Mein erstes Bett. Meine Werkbank. Meine Truhe. Und der Ofen. Welche jetzt ihren Platz da oben gefunden haben. Da oben? Oder warte mal. Ah, da oben. Weiter. Vielleicht finde ich ja diese Katze... Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Diese zukünftige Katze, muss ich natürlich sagen. Noch ist es ja ein wilder Ozelot. Ob man so einen Ozelot auch im Zoo findet? Oder heißt es da einfach Tiger? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Wilde Katze, Ozelot? Hm, gute Frage. Und der Tag neigt sich langsam auch schon wieder dem Ende zu. Tue ich mal hier die ganzen Sachen rein. Und jetzt, wo ich das Brot gegessen habe, hätte ich doch eigentlich mir wieder was mitnehmen können. Ähm, das Gold zum Beispiel. Aber das ist ja jetzt immer gar nicht nötig. Schere. Die andere habe ich natürlich in die Kiste getan. Boah, mit den Kisten bin ich schon so ein Chaot. Ähm. Ach, habe ich das schon dazu gemacht? Oh. Oder ist das... Ne, das ist davon... Das ist so ein anderes... Das ist dieses, ähm... Dschungelholz. Ich habe da doch irgendwie ganz viel anderes Holz abgebaut vom Baum. Wo ist denn das? Ach, hier. Ha, ich war schneller. Gut, das ist das. Dann baue ich da ein bisschen hin. Scheißegal, wenn der da was schluckt. Ja, ähm... So. Hier unten. Ja, das kann man eigentlich so lassen. Sieht doch ganz nett aus. Nur... Hier fehlt ein wenig... Davon. Oh, das sieht irgendwie cool aus. Dank diesen Connected Textures. Und... Ja, in die Schlucht... Da streifen gleich zwei von denen rum. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Runter da. Seit wann pfeifen Schweine? Meins pfeift. Meins pfeift einfach. Naja, okay. Ich habe alle meine Schweine umgelegt. Naja. Ich weiß. So. Nur nichts falsch machen. Möchtest du nicht kommen? Hab hier Fisch für dich. Wo ist die andere? Ach, die... Ja, die andere war in der Schlucht. Selber schuld. Komm. Ja, ja. Komm, komm. Num, num. Ja. Verarsch mich. Ja, komm, komm. Ich habe dir doch Fisch gegeben. Alter. Wenigstens sitzt eine in der Schlucht fest. Toll. Wirklich. Naja. Muss ich halt gleich nochmal angeln gehen. Aber erst morgen... Ich glaube nicht, dass die... So dumm ist, die Katze. Und... Also hochkommen wird sie da sicher nicht. Soweit ich das beurteilen kann. Ich gehe nochmal schauen. Irgendwie Aussicht. Kriegt da Aussicht? Nee. Die ist ja... Die kommt da nicht hoch. Da um die Ecke kann sie nicht. Da auch nicht. Da kommt sie nicht hoch. Und da runter springen, das machen sie nicht, weil sie geupdatet wurden. Also intelligent gemacht. Ich hole mir jetzt gleich eine Angel. Angel nochmal. Und ich bin schon Level 5. Und ich verabschiede mich, weil ich keinen Bock mehr habe. Ja, ciao. Ich kann mir klug scheißern. Okay, dankeschön. Ja, geht aus der Tür. So, aber ich habe noch einen Cousin, der glücklicherweise gerade immer geschwiegen hat. Und der kommt jetzt her. Hallo. Hallo. Ja, red lauter. Moin. Ja, mach mal die Tür dazu. Die dein andere Cousin da offen gelassen hat. Boah, ehrlich gesagt ist gerade eine ein bisschen chaotische Aufnahme. Aber meine Familie ist halt so, nicht wahr? Ich glaube, der andere hier ist ein bisschen schweigsamer. Ja, mein Bruder ist immer so drauf. Der rennt immer weg, wenn er keine Lust mehr hat. Ja. So sind halt Brüder. Aber du musst wirklich näher ans Mikro kommen und lauter sprechen, wenn du möchtest, dass die anderen, meine armen Zuschauer, dich dann hören. Ja, mach ich. Okay, danke.